Und die Türme, ja, können wir auch irgendwann machen. Aber ich wollte jetzt nicht die ganze Map abfliegen, 10.000 Mal, bis wir die dann haben. Das muss nicht unbedingt sein. Und ich wäre von da oben ehrlich gesagt gerne mit dem Wings-Tür drunter geglitten. Aber ich wollte den Helikopter unbedingt mitnehmen. Entschuldigung, bin eingeschlafen im Steuer. Miss Mabel, Miss Mabel, Miss Mabel. Ich habe für Sie ein Fable. Und Sie sind ja auch erst 90. Ich reib mir die Hände und freu mich. Wollte nur gucken. Sah interessant aus. Okay, irgendwo ist hier ein Bösi. Ich weiß nicht genau wo. Gut, wahrscheinlich da irgendwo. Es sind sogar mehrere auf einmal. Gut, 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 gut. Aber sind die jetzt im Wald oder sind die in der Höhle? Da hinten. Da unten. Okay. Ich hoffe, ich segle hier nicht gerade in den Tannen rein. Kein Schrapp-Schrapp. Yeah, kein Schrapp-Schrapp. Bester Pilot ever! Yeah! Ja, ganz gut. Passabel. So, an der Hauling-Höhle gibt es immer einen Trupp Kultisten, der Wölfe fängt. Sie haben da drin viel gute Ausrüstung. Ich denke, jemand sollte sie mal überraschen, das alles stehlen. Ja, du offenbar nicht. Vielleicht helfe ich die einfach mal. Post Mortem. Okay. Gut. Ach, der haut ab. Ja, gut. Der kommt bestimmt noch mal zurück, würde mich nicht wundern. Der kommt bestimmt noch mal zurück. Okay, es ist zu ruhig. Das ist tot. Es ist viel zu ruhig. Es ist hier viel zu ruhig. Oh, warte mal. Da geht's ja nach oben weiter. Au! Voll mit dem Gesicht gegen die Wand. Au! Schon wieder. Au! So, ich glaube mich, dass die die Wölfe hier hochkriegen, oder? Also theoretisch dürften hier eigentlich keine sein. Puh, tja, dann, äh, eine andere Wahl haben wir nicht. Also, Gironimo! Huah! So. Die transportieren da bestimmt keine Wölfe. Auf dem Weg. Das wäre echt mega umständlich und würde nicht so gut funktionieren, glaube ich. Die Theorie gestart macht nicht krank. Wir tun, was wir müssen. Wir tun, was wir müssen. Oho! So, das war relativ problemlos. So. Also, Wölfe faken ja nicht ihren Tod. Deswegen gehe ich immer davon aus, dass die Wölfe, die hier rumliegen, auch weiterliegen. Die stehen hier plötzlich auf und sagen, Oh! Uuuu! Wie Wölfe halt so reden. Huah! Ah, ich glaube, da drin ist noch. Sektenbefehle! Gehe um das Tier herum und nimm da eine anfängliche Begutachtung vor. Es ist zwingend erforderlich, dass diese Daten erhoben werden, bevor das Versuchsobjekt sediert und zur Lodge geschickt wird. Verletzungen. Gibt es irgendwelche sichtbaren und offenen Wunden? Verhalten. Ist das Tier noch aggressiv oder ist es lethargisch? Alter! Wie alt ist das Tier? Nicht vergessen, bei zu jungen oder zu alten Exemplaren greift die Behandlung nicht. Sorge unbedingt dafür, dass diese Informationen bei der Ablieferung in der Lodge an die Wissenschaftler weitergegeben werden. Na, was die sich hier für das Imperium aufgebaut haben. Ruhig! Ruhig jetzt! Ruhig jetzt! Ist jetzt mal gut! Ist jetzt mal gut! Kein Chuppie! Kein Chuppie für dich! So, ich hätte gedacht, dass das hier das versteckt wäre, aber irgendwie... Das ist wohl nicht... Hey, der Wolf ist noch da! Ähm... Okay... Au! Aua, 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 Aua! Alles klar! Jut! Prepper, Schatz! Erkunde das Versteck! Haben wir gerade gemacht! Wir brauchen eh nur die Heftchen und die Kohle. Mehr nehmen wir ja gar nicht mit. Mehr können wir auch gar nicht mitnehmen. Drei Vorteilspunkte und wir können hier mit dem Heli raus. Okay. Das sieht sehr cool aus, aber ich bleibe lieber bei unserem. Trotzdem... Bin ich schon ein bisschen neugierig, wenn die rausfliegt mit dem Heli. Ja, ja, ja. Okay, das ist schon irgendwie cool. Bester Pilot ever! Ähm... Oh, was ist das denn? Aha, aha. Übersieht man halt auch schnell, ne? Wenn man hier so rauskommt. Mit dem Helikopter. So, ich will aber unseren Heli wieder zurück haben. Ich weiß nicht genau... Ähm... Ist der hier noch irgendwo? Hier ist ein Helikopter. Nein, unser Heli ist wahrscheinlich despawn, als wir mit einem Heli geflogen sind. Äh... Na gut. Hilft nix. Ab dafür. Andere Seite. Kann ich hier vielleicht durchrutschen? Sitze tauschen? Dankeschön. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir gerade reingegangen sind. Das müsste hier gewesen sein. Ich will nur mal gucken, ob unser Heli wirklich despawn... Ja, der stand da vorher am Waldweg. Der ist aber weg. Alles klar, alles klar. Immer nur ein Heli pro Person. Ich verstehe. Hallo? Hallo? So, erstmal dahin. Wir gehen danach zu Peaches, ne? Also kein Problem. Peaches... 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 Lalalalala... Da auf der Insel ist auch ein tolles... Ein toller Ort für so komisches Anbetungsding. Das Sommerlager. So, momentan scheint hier niemand zu sein. Oh! Dann landen wir eben hier. Hä? Was war das denn gerade? Daunen! Dann... Hallo Sommerlager... Stand ja oben im Haus? Äh, wat? Alles klar. Mist, ich hab das Ding nicht dabei. Keine Ahnung, wer der grad schießt. Mist. Na, Kollege, wo bist du? Ja! Ich seh' die Arschmaden! Ich seh' niemand! Welche... Welche Arschmaden? Hier ist doch sonst niemand. Es ist friedlich und schön. Friedlich und schön. So wie dein Gesicht. Hallo kleines Hundilein. So, die Peggys haben das Ferienlager benommen. Ähm, die Hütten sind voll mit ihrem Kram und sie fangen Hunde ein. Ich kann selbst nicht mehr kämpfen, aber ich habe das getan, was dem am nächsten kommt. Ich habe den Hauptschlüssel für die Hütten gestohlen und ihn an einem der Hunde im Halbgebäude verfüttert. Was? Okay. Okay. Wenn sie wieder in ihre Vorräte ran wollen, werden sie warten müssen, bis der Hund ihn ausscheißt. Oh, okay. Betritt das Haus. Oh maaan, der Arme! Wir schicken diese Hunde nach Norden zu Jacob und er prügelt sie sich dann schon zurecht. Und wenn nicht, dann macht er Futter für die Judges aus ihnen. Alter, ist aber traumhaft. Richtig traumhaft diese Sekte, da will man unbedingt mit dabei sein. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie wir jetzt reinkommen. Hier sind übrigens sehr viele Hunde. Wir müssen aber eh das Haus erstmal betreten. Oh man, die sind alle... Oh man, das ist so gemein. Schlüssel benötigt. Flumpflump. Wie praktisch. Dass jemand den Helikopter da geparkt hat. Bestimmt ein sehr guter Mann. So, klettern ist schön und gut, auf dem Dach können wir auch nichts machen. Betritt das Haus, aber, aber, aber... Ich weiß noch nicht genau, wie. Ah, da oben. So. Schrotkugeln. Ähm. Äh, der sucht durchsucht die Scheiße. Äh. Sch, sch, sch. Äh. Äh. Oregano. Alter, nimm doch nicht das Oregano aus der Scheiße. Och. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier war noch irgendwas. Nitro. Warum ist der Dynamit in der Hunde Scheiße? Schrotkugeln. Schrotkugeln. Skunkhaut. Blizzöl. Verschluss. Was haben die denn alles in der Scheiße? Stachellattich. Sprengkapsel. Äh. Gehäuse. Ihhh, ein Gehäuse. Ihhh. Wo haben die noch überall... Ich will die auch, ich will die auch unbedingt rauslassen, wenn ich ehrlich bin. Es ist sehr laut. Oh, oh, oh. Ohhhh. Kleiner. Hey. Na? Das hören wir gleich ab. Sturmunition. Schrotkugeln. Wo ist denn die Scheiße hier? Ist hier noch Scheiße? Hast du hier reingekackt? Ich weiß nicht, wo ich noch gucken soll. Oh, man. Halt aber noch interagieren. Ferienlager. Finde das versteckt. Okay. Dann lassen wir es jetzt mal raus. Freunde. 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 Wo ist die Tür? Ich hab die hier gesehen. Gassi gehen. Gassi geht. Gassi gehen. Gassi gehen. Gassi gehen. Gassi gehen. Gassi gehen. Gassi gehen. Gassi. Gassi. Okay, Eider ist raus. Oh, Manni. Oh, Manni. Oh, Manni. Okay. Was geht ihr, Sektenstriche? Hab gehört, ihr hattet Ärger damit, den Schlüssel zu dem ganzen gestohlenen Kram zu finden, den ihr im Sommerlager aufbewahrt. Ich rufe einer, um euch einen Tipp zu geben. Immer den Hase nach. Ich hab da gestern zufällig diesen Schlüssel gefunden. Krass, was? Und ich hab ihnen eine Dose Chili getan und dieses Chili einen der Hunde verfüttert, die ihr gekleidet habt. Viel Spaß beim Hühlen in der schalten Hundescheiße, ihr abgefuckten Pissnelken. Schön. Okay, der ist wieder reingerannt. Alles klar. Ich. Okay, darf ich, darf ich im... Alter. Komm, Freunde. Okay, zumindest sind die jetzt raus... draußen. Fass! Okay, sind ein bisschen nutzlos, die Hunde. Ein bisschen nutzlos. Aber gut, die haben gerade andere Probleme. Die sind bestimmt froh, dass sie jetzt erstmal... ...und so. So. Wir suchen alle Häuser, unabhängig davon, ob wir zum Richtigen gehen oder nicht. Ich will einfach nur über reingucken. Aber die meisten sind... Ich persönlich glaube, es ist hier drin. Ah! So, Mistschaufel abgeschlossen. Ich freu mich. Vorteilshäfte haben wir auch. Dann gucken wir gleich mal, ob wir die Gesundheit wieder erhöhen können. Ein Bogen, ja! Wir sollten... Vielleicht sollten wir das einfach mal... Du dreckigen! Alter! Alter Falter! Boah! Okay, wir müssten die hier... Aber ganz ehrlich, das ist okay. Schade, aber okay. 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 So, hier guck ich trotzdem nochmal rein. Wow! Okay, das ist nur Hundefutter. Ich dachte gerade, das wären alles Drogen, Drogen, Drogen. Aber es sind Hunde-Drogen. So! Und der Typ da oben flitzt immer noch mit seinem Scheiß... Weißt du? Ich glaube, ich baller den gleich mal ab. Einfach nur aus Prinzip, weil er wirklich, wirklich, wirklich sehr anstrengend ist. Anleger... Alles klar? Wenn du investierst, bist du ein Anleger. Ich habe mich gerade entdeckt. Achso, ich kann ihn gar nicht abschießen, weil ich diesen... ...Virlocopter hier habe, ne? Hat der aber Glück gehabt! So! Eine Sache guck ich nochmal schnell. Ähm... Vorteile... Immer noch nicht. Wir brauchen... Einen Punkt fehlt noch. Gesundheitsboost. 250 und dann 300%. Nice! Ähm... Dann würde ich sagen, wir düsen mal ganz kurz. Hallo? Hallo? Bin DJ. Miss Mabel! Hallo? Ja, Miss Mabel! Ich eile! Achso. Einmal im Kreis fliegen. Miss Mabel... Mit Champagner liegen wir im Bett und gucken Cable. Hallo? Hallo? Läuft da schon ein Film? Hallo? Hier war doch grad noch ein junger Mann? So! Peachy Peach, Mann! Miss... Miss Mabel... Ich hab keine Zeit für sowas! Okay, die ist süß. Komm schon, Peaches! Wo bist du? Bist du Italiener? Es fehlt mir gerade noch, dass mir mein Schmuck abhanden kommt. Oh, so ist es. Ist mir egal, was du bist. Ich brauche Hilfe! Okay, ja... Diese elenden Dreckskerle haben mein Haus überfallen und wollten meine Peachs... Peach ist ermorden. Jetzt ist sie losgerannt, um Rache zu nehmen. So wie ich sie kenne, wird sie die Sekten-Hippies ordentlich durchkauen. Wahrscheinlich lungert sie auf dem Campingplatz herum. Es riecht nach Achselschweiß und Fertigfleisch, also sind diese Versager von Eden Skates sicher nicht weit. Jetzt mach schon und finde sie. Und denk dran, Leckerlis mitzunehmen. Sie ist wie diese Drab, mein Tussi vom Yachthafen. Für ne Belohnung folgt sie dir überall hin. Jetzt hol mir mein Kätzchen zurück! Komm her, Miets, Miets! Wow, die ist ja, die ist ja lieb. Spezial Leckerlis. Okay, ich geh mal hier einfach ins Haus rein, weil... Warum nicht? Ist ja offenbar egal. Da sind die Leckerl... Nö! Zombies! Alte Comics, aus Versehen gefunden. Wollte ich nicht, aber hey... Wo sind die die ...? Ach, da hinten irgendwo. Wieso bin ich jetzt hier reingegangen. Ich geh auch mal hier rein. Da liegt auch noch was. Zivilistnotiz! Miss Mabel hier schreibt Ihnen ein langjähriger Bewunderer Ihre Arbeit. Keine Ahnung, ob Sie meine kennen... Ich mache Sie gerne mit vertraut. Wie steht es um Ihre Gesundheitsversorgung? Denn falls Sie irgendwas für Ihr Herz oder für Ihre Genenke brauchen, sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Ich war mehrere Semester auf dem College, das ist alles sicher. In Ihrem Fall kann es nur einen einzigen Preis geben, den ich verlange. Sollte ich vor Ihnen krepieren, möchte ich unsterblich gemacht werden. Stopfen Sie mich aus. Den Ort der letzten Ruhe und all das können wir später besprechen. Denken Sie doch nochmal dran, wie cool das wäre. Geben Sie mir Bescheid, ob Sie Interesse haben. Ich habe was richtig Gutes gegen Rheuma oder Epilepsie, Krebs, Angstzustände. Nur für den Fall. Aaron, Mr. Kirby, äh, fragen Sie nach Tweak. Alles klar, der Tweak ist es. Bei dem wundert mich nicht, dass der ausgestopft werden möchte. So, die ist also Tierpräparatorin. Okay, ja, langsam fällt es, es fällt ein bisschen auf. Ein ganz kleines bisschen. Okay. Hi, Mabel. Jetzt ist es doch passiert. Gestern Nacht ist Nudel im Schlaf gestorben. Ich kann mir mein Haus gar nicht vorstellen, ohne dass dieses große, dumme Baby irgendwo voll rumliegt. Falls möglich, würde ich Nudel gern bei mir behalten. Ich kann dir seine Lieblingsklettersteine schicken, damit du ihn darauf anbringen kannst. Und vielleicht kannst du eine Maus in seinen Maul tun. Das war sein Lieblingssnack. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Schlange ausgestopft hast. Tut mir leid. Schau bei mir vorbei und hol ihn ab, wenn du Zeit hast. Ich weiß nicht. Also jedem das Seine, ne? Jedem das Seine und ich... ...die Tierart in der Region ausgestopft und an eine Wand gehängt. Ja. Also ich persönlich finde Ausstopfen immer sehr gruselig und nicht so schön irgendwie, wenn man sich den Tod einfach aufhängt. Ich finde das irgendwie so ein bisschen so makar... Ich weiß nicht. Es ist nicht meins. Ne, das kann ja jeder halten, wie er will. Genauso wie das Skelettkörper an die Wand hängt. Es ist einfach nicht meins. Ähm. Aber vor allen Dingen Haus, das eigene Haustier ausstopfen, das finde ich ganz makaber. Also das, wie gesagt, das kann jeder für sich halten, wie er will. Ich persönlich finde es irgendwie... Ne, ich möchte... Ne, ne, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Das wäre so, stell dir mal vor, deine Eltern sterben und du stopfst die aus. Ist im Grunde immer das Gleiche. Ja, ich finde das irgendwie ganz... Also es ist halt nicht meins. Ausstopfen ist so... Hm. Okay. Akkord. Ja, da kann man nicht durch. Da auch nicht... Oh, was ist denn das hier? Ich bin sicher, das ist... Das ist legit. So. Alte Frauen beklauen. Und hier ist sein Käfig. Ich erreiche das Lager, um Peach zu finden. Peaches. Das Nahe-Lager. Ich hoffe, der kann klettern. Ich weiß nämlich noch nicht, wie wir zurückkommen. Ähm... Das Nahe-Lager. Mhm. Okay. Ich habe Angst, dass ich ihn gleich töte. Aus Versehen. Oh. Jagdsaison. Eden Skate hat einen neuen Feind. Den Puma. Diese abscheulichen Bästchen haben einige geliebte Diener des Vaters angegriffen. Wenn du irgendwelche Pumas siehst, töte sie. Warum sammeln diese Wölfe ein, aber nicht Pumas? Das ist ja mal... Das verstehe ich nicht. Sehr viel Blut. Ich glaube, Peach ist... Ja. Schönes Haustier. Die Oma hat ganz schön Dreck am Stecken, wenn ich immer so sagen darf. Also... Pff. Mit dem Waffenrad aus. Ah. Boah, ist das furchtbar, das Geräusch. Ähm. Hallo, Wölfis. Ich hoffe, die Peaches wird nicht satt. So, wer will denn noch stören? So. Oh. Na, 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 na. Mäu, 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 mäu. Kommt du? Boah, was? Boah, wah, 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 wah! Alter! oh ne vor allem das sind zu viele bei so eine alten Dame weißt du erstmal 50 Leute hingeschickt ich dachte da wäre vier oder so aber das ist ja eine ganze Horde und ich kann leider kein Dynamit werfen oder sowas weil dann Peach ist natürlich das wäre doof so ich hoffe ich steige gleich da ein und ich muss den ganzen Weg wieder laufen Ja, natürlich. Alter. 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 So. Locke Peach ist ihr Gehege. Okay. So ist das. Jagdsaison, ein neuer Feind. Alles klar, okay. Na dann kommen wir mit. So. So. Rede mit Miss Mabel. Ganz ehrlich, das Safe-Knacken bereue ich keine Sekunde. Bist du die verdammte Katze nicht einfach? Ich war froh, mich die letzten Tage nicht um ihr beharrliches Verlangen nach Futter, Wasser und Aufmerksamkeit kümmern zu müssen. In Ordnung. Kann's gehen. Wir sind fertig. Ja, nice. Ein neuer Begleiter. Komm her, Miets Miets. Dat wird unser Begleiter. Ich dachte zuerst die Oma wird's. Peaches, als Vierbeiner auf Abruf verfügbar. Sollten wir eigentlich mal machen. In der Helfe-Auswahl öffnen. So, den kennen wir schon. Feuer frei. Alles klar. Okay. Ding, ding, ding. Da haben wir... Wo kriegen wir den denn? We wait am Fang-Zentrum in White-Hail-Mountains. Achso, da waren wir ja noch gar nicht. White-Hail-Mountains, White-Hail-Mountains. Dann haben wir alle frei. Da fehlt noch einer. Die Königin der Helis. Am Dropman-Yachthafen. Ach, das ist die, die sie meinte, die mit jedem irgendwo hingeht. Ähm, weniger nachladen. Ja, nice. Heli frei Haus. Okay. Ah. Ah.